Hey Rania, du bist auch da? Cool, freut mich. So, ja, gelange auf den Wehrgang. Also, noch mal kurz zum wieder in Erinnerung kriegen. Also ich habe die ganzen Rise of Rome gerade geschnitten, deswegen weiß ich das auch. Genau, wir haben die Brodika gefangen genommen. Dann haben wir in der letzten Folge auch den Endboss gemacht und dann den Sohn vom Kaiser gerettet und der hat, äh, den König von den Hykenern, äh, hat er dann umgebracht und jetzt müssen wir, äh, den Aufstand, glaube ich, ähm, unterdrücken. Oder halt, äh, genau. Also erstmal unterdrücken und dann flutig niederschlagen wahrscheinlich. Uiuiui. Es ist auf jeden Fall sehr viel. Wie viele sind das? Zehntausend? Wahnsinn. So etwas habe ich noch nie gesehen. Soldaten, eine große Schlacht erwartet uns. Sie stehen vor unseren Toren, um uns alles zu nehmen, was wir haben und was wir lieben. Sie sind entschlossen, uns alles zu rauben. Zeigen wir ihnen, was wir dazu zu sagen haben. Äh, ups. Kürzen! Feuerhöhnen! Und da hat sich ja das Steam gerade, ui, 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 ui. Da hat sich ja gerade das Steam, ähm, gemeldet. So, ähm. Ah, ich kann nämlich hier noch nicht schießen, okay. Oh. Hi. So, dann, äh, fängt es, äh, wieder so an, wie, wie, oh, hi. Sorry, ich hab dich gerade nicht hier eingesehen. So. Gut. Also, Gesundheit der Römer ist noch ganz gut unterwegs. So, hier können wir das mal. Ähm. Ja, komm. Geh. 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 Ich finde es gerade ein bisschen wackig, wie so eine, ähm. Liebe so ne Schlechter Eckdrucke. Wie, so ne Schlechter Eckdrucke? So. Ähm, ja, der. Und hier? Dann kommt einer nach. Wow, den Knäßt er. Speicherpunkt Ja, sehr schön Sehr schön Okay, ich muss noch kurz wieder mich an die Kassetur gewöhnen Mal schauen, wie lange die Belagerung hier dauert Oh, ich glaube der ist schon zu Genau, Leitern weg Da sind schon wieder Leitern Hinter mir Ja, ja, ich weiß Ich weiß, wie weiß Ja, ich weiß So so sehr gut was alle Männer sind tot oh Gott das heißt, jetzt sind sie dann wieder Bewegung! Einzeug aus dem Explosionsradius raus okay ich habe gar nicht gecheckt, dass das gerade so eine ähm Hinrichtung ist oh je das ist ja schön ähm ich mache jetzt mal hier Belagerungsmaschinen das ist ja schon krass, dass hier eben so viele Leute sind also also so viele Baban weil ähm das oh ähm wenn so viele ähm wenn so eine ganze Armee vor der Stadt gewesen wäre ähm äh äh dann der der, glaube ich, nicht so gechillt gewesen äh Schützen Schalfe abfeuern ey Schalfe jetzt abfeuern Ich muss mal kurz hier weg. Sorry. Woher soll ich denn eigentlich gehen? Hi. Ich bin tot. Wow. Okay, irgendwie habe ich es falsch gemacht, oder? Ja, okay, ich bin gestorben. Wahrscheinlich. Ja, ich will es nochmal. Hm. Lagerungsmaschinen oder Türme? Ich mach mal die, äh, die Maschine. Okay. So, ich mach mal erstmal die, die Leitern hier links. Oh. Bye. Okay, jetzt machen wir einfach. So, gut. Aber wie ist er denn mit dem Turm? Ja, so schön. Okay, das ist ein fetter. Sehr schön. Ich kann hier nicht weg. Wieso? 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 Ah, ja, Kaiser, ne? ...armensiedlung... Wo? Was macht der da? Okay, durch diese Armen-Siedlung dort. Ah, okay. Ah ja, okay. Jetzt. Die Briten kommen! Die Briten kommen! Ich werde diese Schweine selbst aufhalten. Hm. Warte, ähm. Ja. Realistisch ist das ja leider auch. Realistisch ist das leider auch. Ja. Terturium! Verbiere Feuer! Ja. Also geil quasi, dass die Sympathie, äh, Sympan... Na. Dass die, äh, äh, Verbündeten von Rom, ähm... Warte. Dass die halt, äh, auch, äh, komplett vermuchtet wurden. Von den Rebellen. Oder von den, ähm, anderen Kelten. Oder Briten. Ja. Äh, äh... Gelb ist rechts und... Ah, und blau ist links. Tobi, merkt ihr das? Gut. Na gut. Na gut. Hm. Wo jetzt lang? Wahrscheinlich hier lang, oder? Ne. Äh... Geht's hier nicht weiter? Oh, verdammt. Wie geht's denn weiter? Muss ich hier gar nicht hin? Warte mal. Doch. Anscheinend. Ne. Hier geht's nicht rein. Da geht's auch nicht. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Okay. Ich bin... Ah. Vielleicht bei der Leiter. Puh. Entschuldigung. Verdammt. Ich hab keine Wurfsperre mehr. Verdammt. Ich hab keine Wurfsperre mehr. Ich hab keine Wurfsperre mehr. Oh. Oh. Oh, komm. Okay, gut. Das war das und weiter geht's. Oh, ich hatte... Ich hatte... Nur... Ausweichen, Jubel. Hi. Ja, ein bisschen zu spät. Okay, gut. Ähm, weiter geht's. Sogar mit rückgekommen. Sogar mit rückgekommen. Ich drücke immer automatisch die Wehrtaste. Oh Gott. Hm. Hm. Sogar mit rückgekommen. Hm, klar. Ich glaub nicht, ne? Ja, ne. Du könntest ja auch rein theoretisch dein Schild nehmen und runtersurfen. Oh, okay. Ja, lasst die Zeit nicht laufen. Das, äh... Man muss nicht laufen und brennen raus. Schön. Versenkt das Boot. Kein Römer kommt ihr Leben draus. Versenkt das Boot? Oh, okay. Oh, oh, okay. Also, schon mal zwei Bogenschützen weg. So, dann muss ich mal schauen. Wahrscheinlich sind hier noch mehr. Ja. Mit den, äh, zwei Schwertern sind echt heftig. Aber... Wir sind... Unsterblich. Ja, okay. Nach dem... Stream... Ist das wohl jetzt nicht mehr so... Sicher. So, bitte... Bisschen... Die... Benzink. So. Ja, hehehe. Und das heißt, Benzink. Ops. Kamen mit Chiven. Ja. Natürlich wäre es richtig cool, wenn der... Ähm... So vom... Kaiser... Sterben würde. Aber natürlich ist der... Natürlich ist der... So viel Tod. So viel Tod. So viel Tod. Ja. Und alles nur wegen einem Mann. Speicherpunkt. Sehr schön. Vitalion ruft zum Rückzug. Wir müssen zurück zum Gerichtsgebäude. Hm. Herr, wir stecken hier fest. Ihre Schützen haben sich verschanzt. Diese Waren wollen einfach nicht aufgeben. Nein, natürlich. Los, Männer! Zeigt ihnen die Stärke unserer Schilde! Und die Scharfe unserer Klink! ... fürbundeten Abel! Burn! The Emperor and Commodus have made enemies. So many enemies. Vielen Dank.